Servus Freunde, ganz kurz, heute zeige ich euch eine super, super gute Übung für euren Gluteus, für euren Arschmuskel und auch für den Beinbizeps. Wenn ihr es richtig fokussiert mit eurer Muscle-Mind-Connection, da werdet ihr einen super Effekt daraus ziehen. Die Übung habe ich sehr kurz drinnen und schon ist der Beinbizeps meiner Meinung etwas gewachsen und der Arsch auch. Also ich muss sagen, an alle Frauen und Männer führt ihr aus, wenn ihr noch zu schwach seid mit zwei Beinen und wenn dann einbeinig, macht es locker über 10 Wiederholungen, macht es mehr Hypertrophie und fokussiert euch auf den Arsch. Wenn ihr oben seid, probiert den Arsch für mindestens eine Sekunde anzuspannen und versucht die Ferse nach hinten zu drücken, wenn ihr oben seid, um den Beinbizeps anzuspannen. Wenn ihr nach hinten versucht zu drücken, das Bein nach Boden richtig schön zu pressen und versucht es aus. Wie ihr seht bei der Ausführung, die Beine relativ eng am Körper, ihr könnt sie ein bisschen weiter vortun, wenn ihr mal probieren wollt. Ihr werdet sehen, ihr werdet es super spüren. Und schreibt es mal unter das Video, wenn ihr es ausprobiert habt. Ja, ich habe es selber ein bisschen ausprobiert und kam jetzt auf die Übung. Ich weiß nicht, ob es die Übung gibt, aber ich denke mal, das sind einbeinige Hip-Trusts und ja, eine super Übung für den Arsch, damit nicht nur der Oberschenkel wächst. Ja, haut rein. Peace. Heiss. Heiss. Heis. Ne? Heiss. I heard. Heiss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.